hallo und herzlich willkommen zurück bei god of duty black ops 3 der multiplayer beta so es gab letztens ein update das level wurde erhöht und anscheinend noch eine neue map und zwei neue modis uplink und geleitschutz ich probiere mal uplink laden sie die satellitendrohne auf die feindliche uplink station mal schauen und wir werden direkt reingeschmissen jemand hat einen neuen charakter die sense unser team hat den sattel haben sie zerquetscht weiter so in der nächsten runde jawohl halbzeit musste kurz wenig leise stellen ok wir müssen das hier verteidigen dann in der mitte nehmen und bei rot platzieren die satellitendrohne wurde fallen gelassen ok ist jetzt ja verdammt aber sieht spannend aus wir haben den satelliten verloren feindliche drohne gesichtet verbündete drohne nähert sich wir haben den satelliten verloren wir haben den satelliten verloren feindliche vorräte über uns nein ich habe es probiert so wieder andere zu machen das heißt das heißt das heißt hier sind wir bei tätern feindlicher wächter gesichtet feindlicher wächter gesichtet feindlicher endstorm über uns unser team hat den satelliten wir haben den satelliten fallen gelassen wir haben den satelliten fallen gelassen also bei diesem modus gibt es ja wie geht das denn jeder schuss war ein treffer gut gehen wir hier rauf unser team hat den satelliten unser satelliten unser satelliten träger das ist echt zu zweit wir haben den satelliten verloren unser team hat den satelliten holt euch die satelliten drohne zurück wir haben den satelliten wir haben den satelliten feindlicher hellstorm unterwegs das ist man nicht wir liegen vorne nicht nachlassen wir haben den satelliten feindliche drohne nähert sich unser team hat den satelliten feindliche vorräte über uns da haben wir jetzt die granate zum fremnis gefahren verbündete drohne nähert sich feindlicher satelliten träger erledigt feindliche blitzschlag zielerfassung aktiv wir haben den satelliten unser satelliten träger wurde erledigt feind am bogen ich bin mich wirklich momentan am konzentrieren feindliche drohne nähert sich die ganze einheit ist voller stolz sie konnten sich nirgends vor mir verstecken ja das war uplink emp und ein freischalltoken so wenig lauter muss ich noch machen so verlasse ich mal die lobby und schau mal geleitschutz an wir werden sich wieder reingeschmissen ja ich hab's gewusst oh wieder ein von den neuen neueinstieg sechs gegen sechs achso verhindert dass der feind roboter unsere basis erreicht feindliche vorräte über uns der feindliche roboter wurde ausgeschaltet und was müssen wir dann wo was war das ich dachte es gäbe noch eine neue map aber die ist noch nicht gekommen bis jetzt höp doppelter Abschuss der feindliche roboter wurde ausgeschaltet konterdrohne nähert sich drohne nähert sich Nö. Mein Teamkamera war natürlich auch so dämlich. Der feindliche Roboter wurde ausgeschaltet. Verbündete Schwiebeladung eingesetzt. Ne, ne. So weit bin ich jetzt nicht. Ah, da kann man durch. Verbündete Kontradrohne nähert sich. Der feindliche Roboter wurde ausgeschaltet. Schon wieder? Wie lange geht es bis er ins Bett am Arsch ist? Die Zeit ist um. Beendet es. Einfach draufhalten. Nein. Verbündete Schwiebeladung unterwegs. Wir haben den Kampf verloren. Neugruppieren und nochmal. Aber eine Runde mache ich noch. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Schuss trifft. Ah, der ist Halbzeit. Ah, wir müssen nämlich draufschießen. Feindlicher Hillstorm unterwegs. Jawohl. Unser Roboter wurde neu gestartet. Erledigt. Granate. Beute erledigt. Überwachung. Nein, ich hatte keine Munition mehr. Das war sonst so gut. Ähm. Wo muss ich... Ich war jetzt gerade kurz einen Moment verwirrt. feindliche drohne gesichtet verbündete vorräte nähern sich ausgeschaltet scheiße die feinde haben unseren roboter ausgeschaltet feindliche drohne nähert sich wir müssen es schaffen und engel von hüten die feinde haben unseren roboter ausgeschaltet zwei fließe headstorm über uns verbündeter mächtiger eingesetzt granate ausgeschaltet unser roboter wurde neu gestartet die feinde haben unseren roboter ausgeschaltet was zwei schläge das sagt mal hart unser roboter wurde neu gestartet gut gemacht cdp nochmal und dann nach hause ok wir haben es geschafft abgeschossen abgeschossen verlängerte missionszeit also dieser modus gefällt mir dass der feind roboter unsere basis erreicht aufgeschossen weiter ausgeschaltet konterdrohne näher zieht sichtblitz bereit räuchert sie aus stein am boden der feindliche roboter wurde ausgeschaltet der feindliche roboter wurde ausgeschaltet der feindliche roboter wurde ausgeschaltet ausgeschaltet bam wir sind so gut maa wir sind zu gut ca ich muss schnell rüber Kommen. Feindliche Drohne gesichtet. Feindliche Schwebeladung. Operationsgebiet. Vorräte unterwegs. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Feind ausgeschaltet. Achtung. Feindliche Hellstorm unterwegs. Konterdrohne nähert sich. Die Granate gibt's noch. Drohne nähert sich. Rufkurs bereit. Ziel gesichtet. Okay, hier ist niemand. Der feindliche Roboter wurde ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Mhm. Mit was? Achtung. Feindlicher Wächter entdeckt. Feindliche Drohne nähert sich. Ziel anbogen. Achtung. Feindliche Vorräte von oben. Der Atelier ist kräftig. Volta erliefst. Der feindliche Roboter wurde ausgeschaltet. Feindliches Donnerbäude bei uns. Gut, gut, gut. Schnell, schasche. Ich warte noch. Und jetzt kann ich den Sichtpuls einsetzen. Gehen schluss wird es immer schwieriger, den Druck zu schützen. Gehen schluss wird es immer schwieriger, den Druck zu schützen. Ja, da musste ich mal das Futter spielen. Nähert sich. Verbündete Drohne nähert sich. Unentschieden. Es ist ein Unentschieden. Hm. Spezialeinheit ausgeschaltet. Und das heißt Unentschieden? Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Drohne. Verlängerung. Oha. Hätte nicht gedacht, dass es so lange gehen kann. Unser Roboter wurde neu gestartet. Und hier kommt sicher jemand. Verfeindliche Hellstorm unterwegs. Feindliche Drohne nähert sich. Ist richtig mies, mich anschleichen. Na. Hat nicht funktioniert. Die Feinde haben unseren Roboter ausgeschaltet. Feindliche Talon entdeckt. Achtung. Feindliche Hellstorm unterwegs. Wieso sind die... Unser Roboter wurde neu gestartet. Feindliche Vorräte über uns. Die Roboter erledigt. Ziel gesichtet. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Die Feinde haben unseren Roboter ausgeschaltet. Ich habe nichts gemerkt jetzt. Unser Roboter wurde neu gestartet. Die Feinde haben unseren Roboter ausgeschaltet. Schon wieder? Vorsicht! Vermiet! Feind am Boden. Unser Roboter wurde neu gestartet. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Profit ausgeschaltet. Unser Roboter gibt es auch. Sie hat den Roboter ausgeschaltet. Achtung! Granate! Bewegung! Bumm! Alle von hinten. Feindlicher DART im Operationsgebiet. Die Feinde haben unseren Roboter ausgeschaltet. Schon wieder. Ich dachte, ich schaffe es noch. Alter. Die Waffen, die sie abstand haben. Das Problem ist, wir starten immer hier hinten. Die Feinde haben unseren Roboter ausgeschaltet. Der Roboter wurde neu gestartet. Schon wieder unentschieden. Das war's für Sie. Das war klar. Aber 50 Kills. Krass. Das ist mal ein krasser Spielmodus. Und hier wird's so hart gekämpft. Hm. Dann würde ich sagen, ich schaue noch, ob ich... Juhu, Vorräte. Und Vollmantel schloss endlich. Ich schaue, ob ich zu der neuen Map komme. Und... Ah, Stronghold, hier ist sie gleich. Aber in einem Team Deathmatch. Und sobald ich sie habe, werde ich das natürlich aufnehmen. Und dann zeige ich euch noch die neue Map. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis nächstes Mal. Euer Blacky. Und... Tschüss.